Die Nachfrage nach smarten Lösungen für Beleuchtungskonzepte wird immer größer. Oft besteht der Wunsch, diese in privaten Wohnungen oder in Büros und Hotels umzusetzen, ohne jedoch aufwendig und teuer eine kabelgebundene Neuinstallation vornehmen zu müssen. Dafür eignet sich das SysPro-Sortiment von Isolate. Die Artikel agieren als sogenannte Mesh-Transziver und kommunizieren miteinander auf einer Funkfrequenz von 2,4 GHz. Sie können eintreffende Signale somit in einem Umkreis von bis zu 30 Meter weitergeben. Dabei kann jeder einzelne Empfänger mit bis zu 10 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden. Mit SysPro kann die gewünschte Farbe einfach umgesetzt werden. Möglich ist beispielsweise Single Color, Weißdynamisch, RGB, RGBW und RGB-CCT. Mit den Fernbedienungen sind nicht nur mehr klassische Steuerungen möglich, sondern sie sind individuell an ihre Ansprüche anpassbar. Mit Ein-Zonen-Fernbedienungen können einzelne Räume oder Bereiche und mit Mehr-Zonen-Fernbedienungen ganze Gruppen oder mehrere Bereiche gesteuert werden. Taster in bestehenden Schalterprogrammen können einfach umgerüstet werden. Ein Ein-Aus-Schalter, der per Hand-Fernbedienung betätigt werden kann, beispielsweise zur Steuerung nicht dimmbarer Leuchten. Durch SysPro können klassisch dimmbare Leuchten über Taster und per Fernbedienung gesteuert werden. Mit unseren Aktoren mit integrierter 0-10-Volt-Schnittstelle können problemlos Leuchten mit einer analogen 0-10-Volt-Dimmung in das System eingebunden werden. Für Single Color, Weißdynamisch, RGB, RGBW und RGB-CCT-Flexbänder bieten wir die passenden PWM-Dimmaktoren. Unsere Signal-Repeater sind die Lösung für kritische Bereiche, um die Funksignale der Fernbedienung zu verstärken. Bei unseren SysPro-Bewegungsmeldern wird das Funksignal durch Bewegung ausgelöst und an den gekoppelten Dimmer gesendet. Zigbee, der Funkstandard für den Einstieg in die Smart Home-Steuerung. Perfekt geeignet, falls eine Sprachsteuerung oder eine Steuerung von unterwegs aus gewünscht wird. Erfahren Sie mehr in unserem Video Smart Home mit SysPro und Zigbee. Eine nützliche Gesamtübersicht über alle Produkte finden Sie auf unserem SysPro-Poster. Einfach online reinschauen oder Ausdruck bestellen. Wir beraten Sie gerne.